So, hallo und willkommen zurück. Weil ich natürlich heute so neugierig bin, wie immer, werden wir einfach mal weiterspielen. Ich hoffe, ihr freut euch schon auf das, was wir hier finden werden, ich nämlich nicht. Zum Beispiel die beiden Kollegen da vorne. Oder ist es einer? Ne, es sind zwei ohne Arme. Okay. Schauen wir uns doch mal dieses Plakat an, das ist viel interessant. The Brains behind the muscle. Hm, ist doch nicht so interessant. Okay, gehen wir weiter. Wow, das ist so geil. Wo will ich mich auch verarschen, oder? Hallo, hallo, hallo. Ah, ja. Da ist ne Werkbank, das ist schön. Ende des Vakuums. Danke. Und hier haben wir Strahl-Munition. Langsam kriegen wir unsere Munition wieder zusammen, das finde ich sehr schön und sehr, sehr angenehm. Was wir mit einer zweiten Werkbank machen sollen, weiß ich leider nicht. Also, gehen wir aber weiter. Entritt Vakuum. Oh mein Gott. Die Verwaltung. Oh. Nein, nein, da will ich nicht rein. Nein. Nein, Herr Müller. Okay. Ähm. Das sind ja mal geile Verwaltungen. Achso, da schleppt den den weg. Nein, Herr Müller. Okay. Ähm. Das sind ja mal geile Verwaltungen. Achso, da schleppt den den weg. Nein, Herr Müller. Ich lass den jetzt einfach wegschleppen, ne. Weil um den ist ja eh nicht mehr schade. Aber die sind ja noch so jung und hübsch. Um uns wäre es schade. Oh. Servus. Na? Was hängst du hier so ab? Und du? Achso, die hängen zusammen ab. Ja, okay. Dann lass ich mir ja keine Sorgen machen. Jetzt zieht der den da die ganze Zeit rum, oder was? Hab die los. Komm. Warte mal. In your peace. In your face. Ha. Das Gesicht ist weg. Okay. In your leg. Okay. So. 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 Okay. Weitermachen. Jaja, ich möchte ja diese schöne Grillparty hier nicht stören. Aber ich brauch hier was, glaube ich. Okay, da können wir noch nichts machen. Da werden wir hoffentlich auch nichts machen müssen. Hey, wenn wir die jetzt da reinschieben. Effer telekrieg, oder? Haha. Hihi. Okay. Ähm. Da kommen wir nicht nach. Wo kommen wir denn dann nach hinten? Ja, ich höre doch schon wieder was. Ich höre irgendwas. Ich höre irgendwas. Ja, was ist denn das? Ach, das ist das. Okay. Da vorne. Das Subjekt. Vielleicht irgendwo hinstellen, wo uns nicht gerade in ein gravitationsfreies Feld schubsen kann. Ach, weißt du was? Weil du nicht bist. So. An dem kleinen Scheiß will ich meine große Munition nicht verschänden. Verschänden, ja. Verschwenden. Energiezufuhr zum AAS hergestellt. Kontrollsysteme über Verteilerkästen umgeleitet. Da vorne war, was ich jetzt genau gesehen. Ich bin nicht labil. Ich hab's gesehen. Ich glaub, der hat sich so einen Typen geschnappt, der da rumhing. Einfach beim Abhängen gestört. Das gibt's so nicht. Hm. Der hat nichts da gelassen, oder? Nee. Man merkt, ich drücke mich gerade davor. Brennen. Ape ist brennen. Brennen. Hat's den inzwischen geschafft hierher, oder? Hat's den auf dem Weg dahin zerfetzt. Ich glaub, den hat's irgendwie an die Decke gehauen, oder so. Die Monster sind halt auch nicht mehr das, was sie mal waren, ne? Lass mich erstmal hier ein bisschen... No, das hat's ja gebracht. Hab ich noch ein bisschen mehr? Ja, das hat schon mehr gebracht. Okay. Isaac hat wieder ein bisschen mehr Zeit zum Leben. Das find ich sehr schön. Weil davon auch meines abhängt. Verstehst du? Abhängt, wie die Typen da vorne... Aha, okay. Ähm. Ich hab doch da gerade... Oder? Oh, da liegt ein Tor so. Schön. Jetzt ist hier immer noch nichts. Eine Vermutung hat sich nicht bestätigt. Hier ist weiter Grillparty. Und der Typ hängt noch ab. Und der Typ hängt noch ab. Sehr schön. Sie haben sie nicht beim Abhängen gestört. Ist ja ein Kapitalverbrechen, wie man weiß. Leute nur abhängen zu stören. Außer wenn sie abhängig sind, ne? Dann... Das ist wieder was anderes. Kommt man da irgendwie durch? Ich mein, äh... Klar kommt man da durch. Aber wollen wir da durch? Oder wollen wir nicht eher mal da hin? Zum Lagerraum? Lagerraum klingt doch gut. Das klingt so nach... Gelagertem Zeug und so. Das sieht jetzt eher weniger gut aus. Aber dadurch, dass dahinter Feuer ist, hoffe ich jetzt zumindest... Dass nicht die zu komischen und verschmuggelten Dinger daraus kommen. Credits. Kredite. Ähm... Hier gibt es sonst nichts. Das finde ich jetzt nicht ganz so schön. Aber zumindest haben wir dann nicht wieder mit vollem Inventar zu kämpfen. Immer positiv sehen. Immer alles positiv sehen. Was ist das? Achtung! Erhöhter Elektromagnetismus. Okay. Gut, dass wir eine Eisenrüstung irgendwann haben, ne? Man muss gleich flatschen, dann sind wir an der Wand. Ah, ein Textblock. Logbuch des Käpt'ns. Überträger der Erstinfektion. Kannst du mal fertig werden? Danke. Es ist erst weniger als eine Stunde her, aber die Infektion breitet sich rasend schnell aus. Das Flight Deck, was auch immer das ist, war nach dem Crash des Shuttles als erstes dran. Jetzt ist es bereits fast vollständig versorgt. Wir haben wenigstens die Hälfte der Krankenstation verloren und etwa ein Viertel des Maschinendecks. Vom Frachtdeck und Planeten... 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 Hä? Und Planetenbetrieb? Okay. Vom Frachtdeck und Planetenbetrieb liegen noch keine Informationen vor. Was Schlimmes vermuten lässt. Okay. So hatte ich das nicht geplant. Ja, ich auch nicht. Aber wenn da halt dann so komische Sachen wie Planetenbetrieb drin sind, dann bin ich ein bisschen hier aus der Rolle, ne? Kann man sich fast denken. Was ist ein Planetenbetrieb? Ich meine, es ist ein Teil vom Schiff. Antrieb. Hätte ich verstanden. Ah, Planeten... Egal. Es wird schon irgendwas Wichtiges sein. Das ist ganz sicher. Irgendwas Wichtiges. Und irgendwer wird mich jetzt dafür lünchen, dass ich es nicht gewusst habe, was das ist. Ähm. Das Lustige ist ja das Flightdeck. Das war auch auf Englisch. Das heißt, die wussten selbst nicht, wie sie es übersetzen sollen. Ein paar Credits. Können wir uns was ganz Feines kaufen, wenn wir es überleben. Haha. Ah. Ah. Also. Ich pack's dann, ne? Bis später. Und wieder ins Vakuum. Entritt Vakuum. Hab ich doch gerade gewagt, ne? Und was lebt hier jetzt? Nichts? Was? Okay, da kann ich wirklich nicht hin. Ähm. Okay, wenn da nichts kommen will, dann gehen wir halt wieder raus. Ende des Vakuums. Schön. Und mit dem Ende des Vakuumes würde ich jetzt auch gleich mal das Ende dieser Folge einläuten. Wir speichern jetzt hier nochmal. Alle zusammen, ne? Damit keiner verloren geht. Speichern wir jetzt einfach mal alles. Und genau in dieser Konstellation sollten wir auch beim nächsten Mal wieder zusammenkommen. Also, tschüss, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.